Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alice im Wunderland RPG Maker. Ich bin Lennikömpfes Brain oder einfach nur Janik und beim letzten Mal sind wir genau dort stehen geblieben bei diesem Rätsel. Und bevor ich eure Kommentare überhaupt gelesen habe, habe ich mir nochmal selbst den Part angeguckt. Und ihr kennt das ja, wenn ich irgendwas mit Zahlen habe, dann verbummel ich einfach Zahlen in meinem Kopf. Und das Rätsel hätte ich sogar schon lösen können, aber ich war zu doof, um das wirklich, sag ich mal, herauszufinden. Und vielleicht habt ihr das gestern schon gesehen in dem Video, ich habe mit Diana, mit meiner Freundin ein Video gemacht, war einfach so rein aus Spaß. Und bevor jetzt nochmal 10.000 Kommentare kommen, dass wir uns gegenseitig strangulieren, das sind keine Würgeflecke, keine Angst. Sowas nennt man auch Knutschflecke. So, und das tut aber gar nichts zur Sache und hat euch eigentlich gar nicht zu interessieren. Und was haben wir denn hier? Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei diesem Zahlenrätsel. Und da stand, welche Gemeinsamkeiten haben wohl Tiere und Orte? Und ich war da schon auf der richtigen Spur, aber habe es nicht ganz richtig vorzüglich ausgeführt. So, folgendermaßen. Wie viele F sind im Schwarzen Meer? 0. Wie viele I sind im Schwarzen Meer? 0. Wie viele S sind im Schwarzen Meer? 1. Wie viele C? 1. Sprich 2. Also Sch ist einmal drin, das sind 3. Und das E ist 1, 2, 3 mal drin. Also ist die erste Zahl eine 6. Das werde ich mir auch gleich mal aufschreiben, damit ich auch nicht nochmal irgendwie einen Fehler mache. Das schreibe ich übrigens gerade auf die Bedienungsanleitung von, ich habe keine Ahnung, Microsoft, von meiner Webcam. Aber das ist auf Japanisch, wie ihr sehen könnt. Hier sind schon ein paar mehr Zahlen drauf. Das sieht aus, ob ich so ein Illuminati-Mensch wäre, weil da so viele Zahlen draufstehen. Wie viele Eulen sind im Schwarzwald? E ist nicht drin. U ist nicht drin. L ist einmal drin. E ist immer noch nicht drin. Und N ist auch nicht drin. Ist das wirklich so? Ist da nur ein L drin? Schwarzwald. Und Eulen. Ne, nur eine 1. Ne, das ist dann 6. 1. Falken. Alpen sind, also E-N ist auf jeden Fall drin. A ist drin. L ist drin. Alpen. Ja, dann sind es 4. 6, 1, 4. Alpen. Alpen. Ja. 4. Und ich glaube, so löst man das Rätsel nun jetzt auch. Indem man hier 6, 1, 4 eingibt. Tada. Ich bin ein Genie, oder? Die Tür hat drei Riegel. Der zweite kann durch die Eingabe von Buchstaben gelöst werden. Ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-stelliges Wort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-stelliges Wort. Okay. Okay. Erst weiß wie Schnee, dann grün wie Klee, dann rot wie Blut. Eine weiche Schale, ein rauer Kern. Was könnte ich nur sein? Wow. Was ist erst weiß? Was verändert denn seine Farbe überhaupt? Also es handelt sich wahrscheinlich um eine Frucht. Eventuell. Um Obst. Weil eine weiche Schale, rauer Kern. Es verändert sich, indem man das vielleicht aufmacht oder pflückt oder sonst was. Dann grün wie Klee, dann rot wie Blut. Ich hätte jetzt gesagt, noch eine Pflanze vielleicht, aber es kann auch nicht sein. Die hat ja keine weiche Schale und einen rauen Kern. Sehr schwer. Boah, was? Das ist... Gehen wir das einfach mal einmal systematisch durch. Wenn wir jetzt sagen, dass... Es ist weiß wie Schnee zuerst. Dann grün wie Klee. Was ist denn erst weiß wie Schnee? Was fängt weiß an? Wird grün und ist dann rot wie Blut. Das muss ein Gemü... Das muss irgendwie Obst sein. Irgendwas, keine Ahnung. Frucht, Obst, keine Ahnung. Sucht es euch selber aus. Ähm. Wie viel, wie viel, wie viel ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Äh. Es muss etwas sein, was wächst. Wenn etwas wächst, dann ist es meistens eine Beere. Oder sowas. Weil eine Beere ist meistens am Anfang weiß. Geht über zu grün. Und wenn sie fertig ist, kann es rot sein. Eine Erdbeere zum Beispiel. Erdbeere. Die hat eine weiche Schale, aber keinen raunen... Eine Kirsche! Eine weiche Schale, ein rauer Kern. Ist das eine Kirsche? Kirsche, 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 Kirsche. Passt das von den Buchstaben? Ich habe keine Ahnung. Äh. Das müsste passen, oder? Ja, das passt, das passt, das passt. Oh Gott, wenn das richtig ist, ne? Kirsche... Eeeh. Jus! Fettus! Die Tür hat drei Riegel. Der letzte kann mit einem Schlüssel gelöst werden. Oh, ein Schlüssel. Müssen wir den eventuell irgendwie aus Zinn gießen? Wenn wir jetzt sowas... Ja, okay. Wenn wir jetzt das Zinn nehmen. Daran benutzen. Das geht nicht. Eine Schlüsselform. Moment, wir müssen bestimmt Zinn mit der Schlüsselform irgendwie kombinieren, damit wir die Schlüsselform und den Schlüssel damit gießen können in dem Ofen. Zumindest denke ich das einfach mal. Wo haben wir denn unseren Zinn? Da. Kombinieren. Der Zinn wurde in die Schlüsselform gelegt. Und die werden wir jetzt auf dem Ofen benutzen. So. Und dann müssen wir den Schlüssel noch rausholen. Yes. Der Schlüssel ist nun abgekühlt. Zinnschlüssel erhalten. Hell yeah. Gut. Das Rätsel war jetzt nicht ganz so schwer mit dem... Also ohne Witz, wenn ich Items und so kombinieren muss, das kann ich super einfach. Aber wenn es um Rätsel geht, wo man wirklich viel drüber nachdenken muss, das ist echt nicht mehr so einfach. Also das ist knüppelhart. Ui, was haben wir hier denn? Das ist auf jeden Fall eine offene... Ah, nicht du schon wieder. Weiche aus, bis sich eine Möglichkeit ergibt, den Gegner zu besiegen. Bis sich eine Möglichkeit ergibt, den zu besiegen? What the fuck? Muss er vielleicht da irgendwie das Kabel durchschneiden? Oh, der hat mich schon getroffen. Der alte Sack. Der soll mal hier oben hinkommen und da irgendwie dran rumschneiden oder so. Das ist echt gar nicht mehr so einfach. Ich habe übrigens auch schon gesagt, dass es ja bei Alice diesen verrückten Hutmacher gibt. Und... Oh. Dass er denkt, dass das der verrückte Hutmacher ist. Das kann natürlich sehr gut sein. Nur ich war halt gewohnt, dass der verrückte... Also, dass der Hutmacher eigentlich nett ist. Zumindest in dem Alice von Tim Burton. Da ist der eigentlich ganz lieb, so. Da wird ja auch von Johnny Depp gespielt und ich liebe Johnny Depp. Johnny Depp ist ja so ein unglaublich guter Musiker. Weiche aus, bis sich eine Möglichkeit ergibt, den Gegner zu besiegen. Das heißt ja eigentlich, eigentlich impliziert das ja, ich soll einfach die ganze Zeit ausweichen und irgendwann dann kann ich den töten. Das hat hundertprozentig irgendwas mit dieser offenen Leitung zu tun. Aber wie genau hängt das miteinander zusammen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Echt nicht. Man muss doch wirklich lange ausweichen. Yes. Oh, der Arme. Irgendwie fand ich den eigentlich ganz nett. Hm. Naja. Er ist auf das Gitter getreten. Wurde elektrisiert. Und das war es dann auch mit ihm. Maria. Oh, der Arme. Was hast du gemacht? Dein Arm. Emily. Ich hole sofort deinen Vater. Nein, dafür ist es schon zu spät. So ist es besser. Es ist meine Schuld, dass alles aufgetaucht ist. Deswegen muss ich die Verantwortung übernehmen. Aber doch nicht so. Es tut mir leid, Emily. Nein, Maria. Nein. Maria. Oh Gott, Maria ist gestorben. What? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Sollen wir die Polizei rufen? Die würden uns das sowieso nicht glauben. Ja, du hast recht. Marias Vater tut mir leid. Er hat seine ganze Familie verloren. Und vielleicht machen sie ihn dann sogar noch dafür verantwortlich. Er ist recht für Selina. Aber was können wir denn machen? Siehst du? Am besten wir vergessen das einfach alles. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Was bleibt uns anderes übrig? Komm, ich möchte nicht länger an diesem Ort bleiben. Und ich schaffe es mal wieder, das traurigste Ende überhaupt frei zu spielen. Es geht bestimmt noch trauriger, wenn wir Kara auch noch verloren hätten. Ähm, das kommt mir ja auch, wenn man es nicht geschafft hätte, sie zu retten und Selina dann auch noch gestorben wäre, dann hätte das ja auch sein können. Das kommt auf jeden Fall von Kelvin, das Spiel. Der gute alte Kelvin. Und, äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich sage viel zu oft am Ende von RPG-Maker-Spielen, dass ich die anderen Enden auch noch spielen werde. Und dann wartet ihr ganz sehnsüchtig monatelang, dass ich die endlich spiele. Und dann mache ich es einfach nicht, weil ich keine Zeit oder keine Lust gerade auf dieses Spiel habe. Muss ich ehrlich zugeben, ich will euch ja nicht belügen, ne. Also manchmal ist das halt wirklich, weil ich dann keine Lust habe, gerade das Spiel zu spielen. Und dann schiebt sich das auf und schiebt sich das auf und dann gerät das in Vergessenheit. Und wenn das, wenn ich dann nochmal aufgreife und die neuen Enden mache, würde wahrscheinlich Leute denken, wie du machst das jetzt noch? Das Spiel ist doch Monate her. Und dann bin ich so in so einem Teufelspakt gefangen und das tut mir eigentlich ganz schön leid. Und, ja, ich weiß, dass es bei diesem Alice-Spiel vier Enden gibt. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich die wirklich vielleicht nochmal spielen. Ich weiß es nicht, kann möglich sein. Es wird auf jeden Fall am heutigen Tage ein neues Horrorprojekt an den Start gehen. Ein sehr, sehr schönes Horrorprojekt, was mir von den wundervollen Entwicklern auch gesponsert wurde. Und da könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal drauf freuen. Das wird sehr, sehr lustig. Es kommen sowieso in der nächsten Zeit viele Horrorspiele raus. Es kommt jetzt bald auch The Evil Within raus. Ich danke euch fürs Spielen. Danke, Calvin. Danke fürs Machen. The Evil Within wird das nächste große Horrorspiel, was ich mir vornehmen werde. Das ist in etwa vergleichsweise wie Outlast. Also nicht von der Spielmechanik her, sondern einfach von dem Horrorstil her. Ende B. Das war das Ende B. Gut. Das war Ende B. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns heute noch in dem neuen Horrorprojekt wieder. Ich bin Nelly Kumpfers Brain oder einfach nur Yannick. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Und bis dann. Euer Brain. Tschüss. Mit Y. Mit Y. Kapurr.